auf den Kanal tut mir leid dass die die vorherigen Tage nächstes gekommen ist lag daran dass ich mein Gamingzimmer umgebaut habe und heute bin ich natürlich wieder am Start mit dem Jassen ähm du solltest mal fly oh fuck ich kann meine Anmoderation nochmal neu machen ich muss die Stimme erst wieder auf Prozent zu lassen weil ich muss sie bei welchen anderen Partikeln ausmachen weil die dann ich möchte dass sie ist also schon okay auf jeden Fall habe ich gehört wir machen heute eins gegen eins ich muss sie auf jeden Fall Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, we're so skids. Wow. 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 ja mach mal Konditionen fünf Prozent okay ja also 500 mal 7 Fluss Prozent schild an 600 leben dann kann bei allen 10.000 leben haben in spielewiese oder wo so so Okay. schon schon mal eine Sache mit denen nicht er hat zum kühl lefte mal so ist viel zu lang es ist der alte sound von der tommy gun schaust du mir gerade im stream zu es kann noch einfach laufen aber macht die kreer es ist nur auf youtube schuldner hast du tschuldig kann ich nicht schlag ich sofort ein warte ruf 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 Töp töp. Ja, das ist gut. Ich bin mir gut, ne? Ja, muss ich... ich bin definitiv ein blauer ja 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 Ach so, ja, Barba. Ich muss auch Dings wechseln. 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 Ich muss 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 Dings wechseln. 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 Nein, noch nicht. Der hat mir nur seinen Namen und... Er fliegt. Hä? Wie bitte? Nee. Nee. Ach, nur wenn du verspielst. Ah, meine Katastrophe! Und ich bin Rock-Launch oder so, ich hab... Dann werde ich mir Controller schnappen, Bruder. Kann ich nicht? Ja, ganz kurz. Ich hab mich nicht aus. Ich hab nichts mit. Ich habe einen Händen, aber ich habe einen Händen. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. jassen ja das ding ist es kann halt gut bauen aber noch nicht so gut im das ja 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 ich fasse lama ich fasse es er hat es es Soll ich Aimboard ausmachen? Ich mach mich. wieder an da sind wir kurz in ruhe mit aktiviert die gar die tastatur neue kopf muss kurz passen Waldoos macht das aus. Ich spiel auf meinen Maiden, also, Elfer. Ach, Digger! Ich brauch die andere... Ja, kann aber... Eine Sache gibt's noch, wo's ranliegen kann. Ich schaue! Ich schaue! Ich schaue! Okay, komm nur, ich hab gewehr. Was, Digga? Digga. Digga. Warte mal ganz kurz nicht. Ich muss gleich ganz kurz, warte mal ganz kurz, wir kommen sofort wieder Lichtpöten. Und dreimal im Zellon. Achtmal im Zellon. Fünf, sechsmal im Zellon. Fünf, sechsmal im Zellon. Fünf, sechsmal im Zellon. Fünfmal 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 im Zellon. Schubi, Schubi, Schubi! Da, du mir schon! Hallo? Ja, warte mal. Ganz kurz. Ich muss kurz was schauen. Wo nimmst du meinen Controller? Oder wieder in der Wildnis rüber. Der ist in der Wildnis. Der ist in der Wildnis. Warte mal ganz kurz. Der ist in der Wildnis. Du hast meinen Sachen gekriegt, du kleiner Buch. Warte mal. Waffen! Why are you clean? Ja, bist du gerade mal unten oder nicht? Warte, hier ist ein Gegner. Warte, hier ist ein Gegner. Ja. Nicht töten. Oder nur noskopen, genau. Ja. 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 Ja, hoffe ich auch für euch. Ja. 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 Ich hab ne neue Maus bekommen. Meine Mutter hat mir die gekauft. Ich hab ne ... Und gegner. Und gegner. Und gegner. Die, ja, wie viele Krill hab ich? Soll ich mich einfach so killen? Ja, gerne. Warte mal. Mein Narnkabel. Digga, ich kann nicht mehr spielen. Nein, ich meine, man hat ein E-Kabel, ne? Nein, ich meine, ich meine. Du kannst sie die ganze Zeit haben. eigentlich scheißegal. Ich will mit dem hier. Hier, dieser Alja. Ich kann mit dem Erdbeeren hier auf dem Gudeau. Hier, das ist mein Skin hier. Warte mal. Ey, mein HDMI-Kabel. Ich muss gleich nach meinem... So unehrenlos, ne? Warte mal ganz kurz. Irgendwas stimmt mit meinem HDMI-Kabel nicht. Ich komme sofort wieder. Ich komme sofort wieder! Mann! Ich bin nötig. Lauf. Lauf. Lauf, Lauf, Lauf. 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 Ja, Digga, weil mit dir kann ich meine Lobby's nicht spielen. Wir müssen gleich mit dir in die Lobby. Sorry. Aber ich habe jetzt krasse Geld mehr für dich. Spring raus, halt. Du musst Jumper hast da. Die Leute springen irgendwo hin. Ich springe allein. Spring! Ja, da, wo er markiert hat. Komm, hier hin, hier hin. Hier unten. Hier. Hier. Die rasieren wir instant. So viel Leicht, Junge. Ja, die rasieren wir gar nicht. Ich habe nur eine schlechte Waffe. Na? Die Ehrenbruder. Ich komme halt noch mal zu euch. Und verkackt schon mich. Dann ist da. Ich bin, da, wo ich mich nicht loswerde. Ich bin, da, wo ich mich aufgenommen habe. Guck dir mal diese Lackierung, die ich gerade auf der Pumpein hab. Lacken wir doch. Ich hab schon zwei Waffen. Ruf dir eine Waffe. Jasmin, komm sofort. Ja, okay, dann nimmst du die halt nicht, weil das ist eine Waffe mit Lackierung. Zeig mal. Ja, guck mal hier meine Waffe an. Ja, guck dir die an. Die. Ja, danke. Ich hab Lackierungen auf meinen Waffen. Und das hier ist die beste Lackierung, Digga. Brr, wir kommen in den Wald. Brr, rollen wir die Grenze im Heiler. Also, da sind deine Waffen stärker. Alter, Ehrenbruderwaffe. Das ist die Ehrenbruder Basiswaffe. Nein, wir brauchen nicht mehr zu. Brr, da heul ich. Die ist nicht weit weg. Brr, wir kommen in den Wald. Wir wollen die Grenze einmal bauen. Ich hab die zwei besten Lackierungen auf meinem Waffen. Die... Nein. Ich bin der Beste von uns. Rennen, du hättest rennen müssen einfach. Warum rufst du mal mal an? Auf dich wird geschossen. Was? Ich hab diese Waffe. Komm hier hin. Ich bin hier. Ich bin ganz woanders mit mir. Ey, danke. Ich hab's geklappt. Ein Aufsatz von meinem Waffen. Das brauche ich jetzt. Ey, wir müssen in die Zone bedauern. Wir bedauern. Wir bedauern. Wir bedauern. Bitte. Ich hab den gepläst. Ihr habt beide schiebt. Nein. Schau nö, ich lauf aus rum. Wenn ihr sterbt, ich kann nicht helfen. Wenn... Wenn ihr stirbt. Dann nicht die Schuld auf mich schieben. Du bist die Schuld. Ich hab gesagt, bleib hinter mir. Also, komm am besten nicht zu mir, weil... Wir müssen in die Zone. Alter... Bleib da. Geh andersrum. Kann sein, dass er jetzt grimmig gleich in 3er-Team kommt. Wenn wir die daumen. Deswegen ist besser, wenn ich überhaupt noch welche gehe. Oder kommt ihr? Kommt ihr? Marvin, was machst du jetzt? Hä? Wolltest du jetzt fahren oder nicht? Ich geh jetzt fahren sofort, ja. Komm zu mir. Ich geh mal kurz was. Bleib du hier. So... 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 Komm, Zone. Schnell. Schnell. Ey. Scheißegal, wo unser Mädchen war. Mach das lange! Egal. Wer kann so schnell damit laufen? Ich kann da nicht. Ich kann da nicht. Ich kann da nicht. Oh, du bist in der Zone. Komm. Komm. Na runter. Bleib hier. Bleib hier. Komm runter. Ich kann da schnell... Ich bin in der Zone. Marvin, was ist jetzt? Ja, ich komme noch. Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Wenn los... 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 14 15 15 15 16 16 16 Ich komme! Ich kann auch nicht so viel! Von wo? Genau da! Schütz mich! Ich auch! Mann! Verlass! Nein! Ich mache aus! Ich mache aus! Tschau! Machst du mal Licht an? Machst du mal bitte Licht an! Nein, da gehe ich jetzt hin! Wo ist das hier? Wo ist das hier? Mari, dann geh auf! Wie schon heißt du? Ja, du hättest schon längst drin sein können! Hör auf! Du hättest schon längst drin sein können! Wie weiß ich dich im Ärger, wenn ich sowas mache? Aber eh nicht nur was! Armin, wenn du dich auslassen willst, dann gewöhne dir bitte einen anderen Ton an! Oder? Oder geht das nicht anders? Guck mal, frag ich! Papa, komm mal her! Du hättest schon längst drin sein, Johnny! Sag mal, gehe ich in die Wanne! Dann machst du hier, dann machst du da, dann machst du da! Und dann sagt er, dann gehe ich! Oder? Ich hab doch zu dir gesagt, Vater, doch mal bitte, Moment! Sag ich gerade so zu ihm, höflich und von Moritz, kannst du bitte das Licht anmachen? Hör, ignoriert er mich und geht weiter! Brauchst du einen Dina? Fürs Licht anzumachen? Papa, er ist doch ins Wohnzimmer gegangen! Hättet ihr doch mal ein gutes Licht anmachen können, oder? Ich krieg mal sowas, ich krieg mal sowas Ärger! Bei so einer Aktion hätt ich jetzt Ärger bekommen! Bei der Aktion mit dem Lichtschalter hätt ich Ärger bekommen! Ich soll das Vorrang machen, denn ich möchte auch noch da! Ich möchte nicht! Mann! Schweiß! ... ... Hallo? Warte mal bitte, warte. Ja, Marvin, ich hole mir eben was zu kriegen, aber nicht können, okay? Okay. Ich muss mal die anderen schauen können. Er geht nicht mehr. Was ist das? Ja, ich gebe mal Paletten auf, ne? Ich gebe es gleich. Was? Ich gebe es gleich. 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 Ja. Ich gebe es gleich. Warte, 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 warte. Nein, warte, warte. Ganz kurz. Ich wollte dir eine Sache. Ich gebe es, warte, 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 warte. Hier. Ich gebe es, warte, 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 warte. Hey. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht schwer versteckt. Ich bin noch nicht schwer versteckt. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht Music. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ja, hier außerhalb kann man nicht fliegen. Ey, das muss man auch zu einer anderen Map drüber bauen. Du kannst ja, glaube ich, nicht bauen. Jol! Ich bin wieder hier. Nein, du warst nicht. Und du, ich kann fliegen. Jetzt darfst du mich aber noch mal suchen. Und diesmal ist das Versteck. Tschakusel. Ey, stopp, 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 stopp. Ich dachte, was du sagst, ist jetzt schon gut, ey. Meine Insel. Ey, du hast einen Nachweg gemacht, du. Ey, nein, du darfst, nein. Das ist unfair, ich darf mich jetzt noch mal verstecken. Wieso habe ich keine Waffen mehr? Das ist normal, du musst dir Waffen geben wieder. Das hast du den Namen ausgemacht, das ist scheiße. Da bin ich doch nicht durch. Da kommt ja auch kein Ruhe. Wieso findest du mich eigentlich immer so schnell? Du hast mich, du hast mich verfolgt, ne? Ja, nein. Juhu, warum musst du die scheiß Waffen jetzt auf einmal wieder Geld? Wirklich gespielt, Alter. Ey, können wir jetzt bitte jetzt durchspielen? Ich habe keinen Bock auf, dass ich dich suchen muss die ganze Zeit. Ach, komm, einmal noch. Okay, Alter, immer wenn ich hier an dieser einverfickten Hohenwindstelle gehe, ne, muss ich mir immer neue Waffen holen. Immer? Ja, immer. Ist das ein Bug, das man da rüber kann? Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube mal ganz kurz. Meinst du herumfliegen? Nee. Ich zeig dir was, okay? Komm zu mir, nicht töten. Ja, moin. Wo bist du denn? Da, wo du bist. Wo bist du, mein kleiner Pein? Bist du, hallo. Komm zu mir. Da, wo du nicht bist. Drei Marker, ich bin auf der normalen Map, bei Dusty Divo. Es gibt einen Bug. Ich schaue mal auf die Karte, falls mich siehst. Du setzt dich ins Flugzeug. Dann packst du dir ein paar Dingens. Ein paar Taschenrisse. Und dann gehst du nicht auf Fliegen, sondern Beifahrer. Und dann drückst du das zweimal, Taschenrisse, und dann bist du bei der, äh, unter der Map. Da musst du dich töten lassen und dann respawnst du. Bist du? Okay, ich bin Retail-Roll. Das Ding ist, weil man hier sein Handy nicht hat. Ich bin auf der Schlagern. Ich bin auf der Schlagern. Ich bin auf der Schlagern gebaut. Aha, du hast die Tal躍 gebaut. Ich sehe dich. wir wir bauen die skype bis zum ha... mach ich doch grad ich geh dann nach ganz unten und warte schon mal auf dich ach da ist doch ja 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 okay sorry wie viel leben hast du ja 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 kann man da rüber ja 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 jetzt habe ich nur noch 300 stein jetzt habe ich keine Metz mehr ja geht schon mal nach dem blog hab ich nicht wort das fahrt bestimmt weil ich gerespawnt bin oder es war nur spaß ich habe aus Versehen ich entferne dich komm mal jetzt wieder rein bei mir ach Digga ich gehe kurz essen und danach muss ich baden okay dann bis gleich oder wenn ich heute überhaupt noch online komme ich denke mal dass ich gar nicht mehr online komme ich gehe auf okay kein bock mehr jo Leute das war es mit diesem Stream und ja kurz und knackig bis dahin ciao ciao